Wie war es denn für dich aus dem Wohnzimmer heraus maskiert mit Klozartkostümen zu singen? Es war total lustig. Der Potendienst hat mir den Klozart quasi zugestellt. Das haben wunderbare Maskenbildnerinnen gemacht und ich habe den ausgepackt und habe so lachen müssen. Er war so süß. Ich habe mich gleich verliebt. Warte mal, wo ist er denn? Hast du ihn? Jetzt kannst du ihn schnell holen, bitte. Ja sicher, ich habe ihn noch. Und dann ist es natürlich um die Songauswahl gegangen. Da war natürlich das Bestreben, dass man nicht gleich erkannt wird. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, irgendwas in Kopfstimme oder irgendwas ganz anderes. Und ja, eins möchte ich euch gleich sagen. Da ist der Klozart, mein Schatzi. Ich will ihn ja gar nicht mehr hergeben. Es war so ein lustiges Kostüm. Und jetzt kannst du uns vielleicht die Frage beantworten, ist der aus einer Unterhose genäht? Du, warum ist denn die schon leer, die Flasche? Habst du dir schon geköpft? Tatsächlich, ich liebe Perseco. Hast du jetzt wahrscheinlich auch selber mitgeraten, wer die anderen sind? Hättest du irgendwen erraten? Nein, nein. Also beim, beim, na wer war das? Nein, der Covid-19 Jäger. Ja. Wo der Nathan dann den Namen gesagt hat. Ja, das könnte stimmen. Vor allem das Gesicht war ja fast gleich eigentlich. Ja, das stimmt. Ja, 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 der Reinhard Nowak. Ja, ja. Und ansonsten keine Ahnung. Keine, keine Ahnung. Man unterschätzt das nämlich, finde ich, total. Also obwohl ich und wir haben ja schon oft Geschichten miteinander gemacht. Ich habe dich schon oft getroffen, interviewt. Wenn man dann singt und dann in Maske, also man merkt, wie abhängig man eigentlich vom Äußeren ist. Weil ich war mir nicht ganz sicher, dass du es bist. Hab Gott sei Dank auf meine Intuition gehört. Sag mal, wie war es denn für euch, das in so einer kurzen Zeit auch vorzubereiten? Nein, es war eigentlich stressiger als gedacht. Es waren ja dann einige Vorgaben auch von der Produktion. Diese Szene, diese Szene, diese Szene ist ja klar. Das muss ja alles zusammengeschnitten werden und dann schlüssig auch aufbereitet. Und ich glaube, ich habe in Summe Zeitaufwand, ja, fünf Stunden gehabt und das zweimal. Also es war schon relativ intensiv. Ja, zehn Stunden dafür, dass wir heute die Leute einfach mal ablenken können von der Corona-Krise und für gute Stimmung in den Wohnzimmern sorgen. Sag mal, wie geht es denn dir? Wie geht es dir in der Quarantäne? Ich weiß ja, du bist eine, die gerne rausgeht, die gerne sportelt, die gerne in der Natur ist, die gerne Leute trifft. Das ist ja jetzt alles kaum möglich. Ja, es ist tatsächlich so, also wir sind jetzt freiwillig seit, wir haben nachgerechnet seit fast einem Monat in Quarantäne. Also es hat eigentlich vor der Pressekonferenz bei uns schon angefangen. Eigentlich gleich mal nach Dancing Stars, die erste Show. Da war noch einiges los und dann waren die Nachrichten und dann haben wir gesagt, nein, wir bleiben daheim. Ich habe dann den Tirol-Trip auch abgesagt. Gott sei Dank. Ja. Wirklich Gott sei Dank, ja. Dann meine beiden Neffen, der eine ist drei geworden, der andere vier. Es tut mir sehr leid, die haben halt dann bei Videocall und Sternwerfer Happy Birthday gesungen. Ansonsten, ich habe das ganze Haus aufgeräumt. Ich habe meine Medaillen aufgehängt, meine Bilder. Ich habe ein Jahr keine Zeit gehabt dazu jetzt. Also nach Dancing Stars war ja immer noch einiges los. Ich habe da die Zeit genützt, habe meinen Fitnessraum eingerichtet, habe ein paar Fitnessvideos gedreht, weil ich ja ein Condi-Coach bin. Und da versuche ich die Leute zu animieren. Das ist auch schon in den öffentlichen Sendern gelaufen. Bin jetzt noch dran, den zweiten Keller aufzuräumen und zwischendurch versuche ich, oder nicht nur versuche ich, sondern ich schlafe aus. Das ist einmal sehr angenehm, finde ich. Also ich stelle mir keinen Wecker. Weil das kanntest du ja sicher in deiner öffentlichen Karriere nicht ausschlafen. Dann muss man sagen, dass du danach auch direkt Gas gegeben hast mit der Musik, mit dem Coaching, Dancing Stars. Also es ging ja zack, zack, zack. Wahrscheinlich ist das die erste echte Pause, die du dir gönnst. Tatsächlich ist das, glaube ich, die erste Zwangspause seit Jahrzehnten. Glaube ich, ja. Weil ich habe ja nach meiner aktiven Karriere eigentlich gleich weiter gemacht, weil ich ja irgendwie versucht habe, am Ball zu bleiben, mich neu zu orientieren. Ich habe gerade meine lieben Kollegin, die Tina Weirater, die ja vor kurzem ihre Karriere beendet hat, zu ihrer Karriere gratuliert und auch zu dem Entschluss, ihre Karriere zu beenden. Ich habe gesagt, jetzt hast du total viel Zeit, das zu genießen, alles Revue passieren zu lassen. Es rennt da nichts davon, genieße es. Ich komme jetzt drei Jahre danach erst dazu, mal richtig wieder Erdung zu bekommen und einen Überblick. Wie geht es dir aber trotzdem? Du bist ja selbstständig. Du verdienst dein Geld als Coach, als Sängerin, als Mentor und natürlich fällt das jetzt alles weg. Wir haben jetzt schon eine Perspektive, also mit 1. Mai, sonst langsam wieder starten Veranstaltungen, aber erst ab Ende Juni, Mitte, Ende Juni. Wie geht es dir trotzdem? Du hast sicher einen Polster, ich weiß, du bist eine vernünftige, bodenständige Frau. Aber kommen da trotzdem manchmal Ängste? Kannst du auch nachvollziehen, dass andere Menschen einfach wirklich Angst um ihre Existenz haben? Natürlich kann ich das nachvollziehen. Wir sind Gott sei Dank in einer sehr glücklichen Lage. Wir haben, wie gesagt, frisch Haus gebaut und viel Platz. Aber es gibt ganz andere Schicksale. Und da muss ich sagen, möchte ich der Politik schon, auch wenn das jetzt alles sehr drastische Maßnahmen sind, aber man hat es heute in der Pressekonferenz gerade wieder gehört. Ich glaube, die Maßnahmen waren drastisch, aber wirkungsvoll, sind wirkungsvoll. Das müssen wir auf alle Fälle weiterführen. Wir sind im direkten Vergleich zu anderen Staaten absolut im Vorreiterfeld. Sozusagen ist es eigentlich nur richtig, was gemacht wird. Und es ist echt hart, aber wir müssen das jetzt noch weiterführen und durchziehen. Und dann glaube ich, je schneller oder je vernünftiger alle zusammen sind, desto schneller ist die Krise vorbei. Desto früher können wir wieder in eine, sag ich jetzt einmal, gewollte Normalität übergehen. Und vielleicht sind aber doch die einen oder anderen Dinge, auf die wir vielleicht jetzt draufkommen, im ganzen System, gar nicht so schlecht, dass wir etwas verändern. Das würde ich mir persönlich wünschen. Man sieht, wie sich die Natur erholt. Man sieht, wie die Menschen zum Teil wieder runterkommen, wieder mehr Sport machen. Ich habe noch nie so viele Leute im Wald gesehen, also zu deiner Frage vorhin. Es ist ja erlaubt, sich die Beine zu vertreten und das mache auch ich. Entweder zu Hause, wie gesagt, ich habe mir jetzt meinen Fitnessraum eingerichtet oder ich gehe auch mal raus in den Wald und gehe Raden fahren. Ich bin jetzt auch wieder fitter, muss ich sagen. Wirklich? Da warst du bei Danzings, da warst du eh so fit letztes Jahr. Da warst du ja eine Granate. Ja, das ist ja schon wieder eine Zeit her. So schnell ist das bei dir glaube ich nicht. Und ja, also das ist echt eine drastische Situation für alle. Aber ich finde, das einzige was uns hilft ist, dass wir das Beste draus machen. Wir können die Situation nicht verändern. Jammern hilft nichts. Sich über irgendwelche Entscheidungen aufzuregen hilft nichts. Runter fahren, auf sich besinnen. Schauen, wie schaut es im eigenen Häuschen aus, in den eigenen vier Wänden. Sich der Familie wieder widmen. Zeiten den anderen Menschen, die einem wichtig sind geben, die man sonst nicht hat. Und vielleicht neue Qualitäten für das eigene Leben wieder entdecken. Und die dann auch in weiterer Folge umsetzen. Weil ich glaube, das würde unsere Welt zu einer besser machen. Was kannst du noch Positives abgewinnen? Was hast du gut? Und wenn man das so sagen kann, was nimmst du Gutes aus der Quarantäne mit? Spudels vor Song-Ideen zum Beispiel. Jetzt hast du ja bei der Mask-Haus-Party sich schon mal auf ein neues Terrain gewagt. Ja, also für mich persönlich, mir tut es ja gut, weil ich eben Zeit habe. Weil man die Zeit nicht davonrennt. Weil ich nicht funktionieren muss und weil jetzt mal kein Stress ist. Weil niemand erwartet, dass man sofort antwortet, wenn irgendeine Anfrage reinkommt. Weil man einfach einmal sich die Zeit so einteilen kann, wie es für einen selber passt. Und daraus entstehen sehr viele schöne neue Ideen. Und ich bin definitiv dran, auch mehr in den Fitnessbereich zu machen. Mich auch für das Thema Sport in Österreich stark zu machen. Ich finde ja ganz, ganz ein wichtiges Thema, wenn wir darüber reden. Pflegegelder, Lebensqualität bis ins hohe Alter. Dann ist ganz klar, mit Sport kann man das massiv positiv beeinflussen. Das muss nicht jeder Spitzensportler sein. Aber wieder das eigene Maß für einen gesunden Zugang zum Körper zu finden. Nicht auf Leistung, sondern auf Wohlbefinden. Das ist halt... Mir wird man jetzt immer präsenter eigentlich, dass ich mich für das einsetze. Also auch da hingehend bin ich kreativ. Und natürlich Musik. Das ist ganz klar. Wir haben schon wieder eine neue Nummer am Start. Wann darf ich die hören? Ja, ich bin noch nicht ganz sicher. Es ist sehr gesellschaftskritisch. Okay. Ich weiß es noch nicht. Also wie gesagt, Künstler hin, Künstler her. Ich will was sagen mit meinen Songs. Aber muss trotzdem auch den richtigen Zeitpunkt abwarten. Und muss noch reißen. Okay. Ich bin jedenfalls sehr gespannt. Es gibt ja auch eine Debatte. Und da kannst du sicher einiges sagen. Also gerade die Sportler, die im Leistungssport sind. Und nicht in der Top-Elite. Also die Pokale, die Medaillen heimbringen. Die üben ja momentan auch Kritik am System. Denn auf sie wird ein bisschen vergessen. Genauso wie auf die Künstler. Also hier haben wir wirklich Probleme. Und da melden sich fast einige schon im Konkurs an. Da gab es einige, die schon gesagt haben, die wissen gar nicht mehr, wie sie im nächsten Monat das Essen kaufen müssen. Was wäre von dir als ehemalige Profisportlerin deine Meinung, deine Expertise? Wie kann man den Sport so aufstellen, dass das nicht passiert? Jemand, der hauptberuflich Sport macht. Aber wenn eine Krise kommt oder wenn mal was passiert, dass der in Wahrheit am Hunger durchnagen muss. Naja, es wird immer öfter das bedienungslose Grundeinkommen diskutiert. Ich bin jetzt kein Wirtschaftsexperte und habe keine Ahnung, wie das umsetzbar wäre. Aber es würde, glaube ich, vom System ein bisschen Druck rausnehmen. Und jeder hätte zumindest so die Grundlage zu leben. Und sein Leben zumindest grundlegend zu gestalten. Die Grundbedürfnisse wären dadurch gedeckt. Und wie gesagt, es würde Druck rausnehmen, dass man sich dann diesen Dingen widmen könnte, die einem wirklich dauern, die einem am Herzen liegen, wo man sich selbst verwirklichen kann. Weil gerade das, glaube ich, bewirken würde, dass man mehr in sein Potenzial kommt und auch glücklicher wird. Viele Menschen haben super Potenzial, wissen das zum Teil vielleicht, aber können es nie in die Tat umsetzen, weil die Möglichkeiten nicht gegeben sind. Und es ist eigentlich schade. Ich bin eher der Meinung, also ich habe das vorgelebt und ich habe das leben dürfen. Ich bin unterstützt worden und ich war in einer glücklichen Lage, dass ich das, was mich begeistert und wo ich glaube, mein Potenzial gefunden zu haben, umsetzen darf. Und das hat mich zu einem umso glücklicheren Menschen gemacht. Und das ist jeden Menschen zu wünschen. Und sich zuerst einmal auf die Suche zu machen, was kann ich denn eigentlich? Und jeder Mensch ist einzigartig. Und das dann auch wirklich machen zu dürfen. Du durftest ja viel machen. Du durftest, jetzt lautet mein Handy wahrscheinlich, weil irgendwer dich gesehen hat und wissen möchte, wie ich dich erraten konnte. Du konntest ja deine Träume von wirklich einer Skifahrerin, als Dancingstar und auch als Sängerin. Gibt es etwas, was du jetzt noch wahnsinnig gern machen würdest, wo es jetzt vielleicht in der Quarantäne so richtig reibt in dir und wartet, dass etwas Neues ausbricht? Das eine habe ich eh schon angesprochen. Das Thema Sport. Bewusstsein für das Thema. Ich bin ja Konditrainerin. Ich habe die letzten drei Jahre mich mit der Materie sehr intensiv auseinandergesetzt. Ich habe eine lange Praxiserfahrung. Und ich weiß einfach, das ist wie Zähneputzen. Sport hat so eine enorme Wirkung auf die Psyche und auch auf den Körper und auch auf die Seele. Und das wird wirklich unterschätzt. Und da sehe ich bei mir halt eine gewisse vielleicht Verantwortung, mich für dieses Thema stark zu machen, dafür aufzustehen. Und Natur, das habe ich eh vorhin auch beim Beitrag bei der Sendung schon gesagt, wie wichtig, dass man unsere wunderbare Erde ist. So gesehen finde ich, so drastisch das alles ist. Aber es ist ja auch mal interessant, wie sich die Natur zumindest kurzfristig erholt. Das stimmt. Das ist Wahnsinn, was man da so sieht, liest, wenn man sich die Satellitenbilder ansieht, wo über Städten plötzlich der ganze Smog weg ist. Die Feinstaubbelastung geht gegen null. Es ist unglaublich. Ich befürchte nur leider meine persönliche Meinung, sobald die Wirtschaft wieder hochfährt, stehen die industriellen Interessen wieder im Vordergrund. Aber es ist tragisch und schön zugleich, dass wir sehen, wenn der Mensch mal ein bisschen Ruhe gibt und das über einen sehr kurzen Zeitraum, wenn man das jetzt mal vergleicht, wie schnell sich die Erde erholt, wie schnell sich die Natur erholt, die Luft, das Wasser, die Erde. Das ist ein Wahnsinn eigentlich. Ja, das Spannende wäre, aus dieser Situation zu lernen, auch die Wirtschaft, auch die Politik und zu sagen, okay, auf lange Sicht geht sich unser System nicht aus, weil wir haben es an die Wand gefahren. Und jetzt überlegen wir uns was. Wie können wir mehr lokal wieder die Wirtschaft ankurbeln? Wie können wir die eigenen Unternehmen stärken? Vielleicht mit steuerlichen Begünstigungen etc. Dass die Produktion wieder im engsten Umkreis in Österreich für Dinge, die durchaus machbar sind, gewährleistet wird. Wie kann man Transporte beispielsweise bepreisen, dass das alles in Relation steht? Wir kaufen, ich kaufe das Gemüse und das Fleisch vom Bauern. Wir haben so weit organisiert jetzt, ich gehe gar nicht in den Supermarkt, also ich gehe auch in den Supermarkt, aber ich vermeide es so gut es geht, weil das sind einfach viele Leute. Wir bestellen es beim Bauern, der, wenn er keine Leute hat, die das abnehmen, auf seiner Ware sitzen bleibt. Im Glashaus hat er hunderttausende Gemüsesorten und dem verfault es, wenn es keiner kauft. Das heißt, meine Freundin hat uns ins Leben gerufen, die sagt, du der Markt ist leider ausgefallen in Mödlingen, aber wir schauen, dass wir beim Bauern die Sachen direkt beziehen und haben uns selber organisiert. Und in diese Richtung, wenn jeder einzelne seine eigene Entscheidungsfreiheit und Macht, jeder Mensch hat eine Entscheidungsmacht wieder zur Kenntnis nimmt und auch sich deren bedient, dann kann man sehr wohl etwas verändern. Absolut, aber dafür ist wieder die Politik gefragt zu sagen, Dinge, die transportiert werden müssen, Emotionen produzieren, müssen mehr besteuert werden, weil sie schaden noch mehr der Umwelt. Und das, was vor der Haustüre wächst, kann ja günstiger besteuert werden. Also Österreich, zum Beispiel österreichisches Fleisch, Gemüse, Obst, Milchprodukte, Eier, was auch immer, günstiger besteuern als das, was aus dem Ausland kommt. Nur dann haben wir ja wieder das Problem mit der EU. Also es wird spannend, wie die Politik das alles auffasst und auch sieht, Gott sei Dank, wie viele Leute jetzt auf regionale Produkte setzen. Und ich glaube, du bist ein ganz, ganz tolles Vorbild, dem man da folgen kann, wenn ich das so sagen darf. Ja, das ist halt, wie ich es im Herzen auch spüre oder wie es einfach der Hausverstand auch sagt. Und dieses, was mir halt jetzt in der Zeit, man kann ja wirklich viel nachdenken und hat viel Zeit zum Nachdenken, was mir halt einfach immer wieder die Frage, wie viel brauche ich wirklich, um glücklich zu sein? Und ich bin jetzt seit einem Monat nicht mehr shoppen gewesen. Mir auch nicht. Ich habe meinen Kleiderschrank sortiert und habe mir gedacht, wozu habe ich das eigentlich alles? Keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Genau. Und dieses, wir müssen kaufen, weil wir müssen die Wirtschaft im Kreislauf bringen und höher, schneller, weiter, was ja eigentlich total der Spitzensport-Jargon ist oder Slogan, da würde ich sagen, stopp. Nein, nicht höher, schneller, weiter, sondern maßhalten. Das, was wir brauchen, natürlich. Wir haben uns ja einen gewissen Lebensstandard alle verdient und der hat sich auch aus der Entwicklung heraus entwickelt. Aber irgendwann einmal zu überlegen, wie viel brauche ich, wie viel ist notwendig und wo kann ich vielleicht wirklich Abstriche machen. Und wenn das jeder macht, dann kommt man darauf, dass man sehr viel Ballast mit sich schleppt, der gar nicht nötig ist. Das stimmt. Und das war ein wunderbares Schlusswort. Liz, vielen lieben Dank. Mit den Gedanken, gehe ich jetzt schlafen? Denn dieses Interview haben wir ja nach der Sendung direkt aufgezeichnet. Ich wollte deine Emotionen noch bei mir im Video haben. Erst nach einem Prosecco. Ich hatte aber auch zwei Gläser, ich gebe es ehrlich zu. Liz, ich freue mich sehr, wenn wir uns dann in Natura wiedersehen. Ich freue mich auch schon sehr, ein neues von dir zu hören in Sachen Musik. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und sage Baba, gute Nacht. Baba, gute Nacht, schlaf gut. Danke. Danke. Danke, bitte. Vielen Dank.